Dirk Galuba ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Ausbildung Dirk Galuba wuchs in Bremen auf und machte dort sein Abitur. Anschließend begann er ein Medizinstudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, das er aber bald zugunsten eines Schauspielstudiums abbrach. Anschließend studierte er vier Semester Germanistik und Theaterwissenschaft, bevor er die Westfälische Schauspielschule in Bochum besuchte. Karriere Am Schauspielhaus Bochum erhielt Galuba sein erstes Bühnenengagement. Es folgten bis 1974 feste Theaterstationen am Theater der Stadt Heidelberg und an den Bühnen der Hansestadt Lübeck. Zu seinen Bühnenrollen gehörten in dieser Zeit U.A.R., Ferdinand in Kabale und Liebe Orsino in Was ihr wollt und Tempelherr in Naht an der Weise. Seither dieser Zeit arbeitet Galuba als freischaffender Schauspieler. Weitere Theater-Engagements hatte er an der Komödie Berlin am Fritz-Raymond-Theater im Zoo in Frankfurt am Main, an der kleinen Komödie München, an den Düsseldorfer Kammerspielen und am Theater Essen. 1981-1982 stil trat er in einer Turnierproduktion neben Maria Schell in dem Theaterstück Elisabeth von England von Ferdinand Bruckner auf. Seit 1969 ist Galuba außerdem ein vielbeschäftigter Darsteller in Film und Fernsehen. Er spielte den Ole Peters in der Schimmelreiter-Adaption von Alfred Weidenmann, in Lili Marlin unter der Regie von Rainer Werner Fassbinder sowie in fünf Filmen der Tatort-Reihe mit den Kommissaren Flemming, Koch und Ballauf den Kriminalrat Theung. Daneben hatte er zahlreiche Gastauftritte in Fernsehserien wie Mit Leib und Seele, Die Schwarzwaldklinik in aller Freundschaft, Ein Fall für zwei, Der alte Soko 5113, Der Bulle von Tölz und in Steven Spielbergs historischer Miniserie Band of Brothers. Einem breiten Publikum ist Galuba vor allem durch seine Darstellung zwielichtiger und skrupelloser Charaktere bekannt, wie er sie in insgesamt 22 Episoden der Krimiserie Derrick und in der Satzserie Die Rote Meile als Kiezkönig Castor verkörperte, Synchronisation. Darüber hinaus lieb Galuba seine tiefe Stimme als Synchronsprecher U.R., Malcolm McDowell, Boba Smith, Fred Ward und David Clennon. Dem Charakter Nago in Hayao Miyazakis Anime-Film Prinzessin Mononoke gab er ebenso seine Stimme wie dem tyrannischen Herrscher des Königreichs Dram, König Vapul in der Anime-Serie One Piece. Eine Zeit lang sprach er auch die Stimmen der Zeichentrickfiguren Dretteric Tatum und Fat Tony in Die Simpsons. Filmografie 1969 Husch husch ins Körbchen 1970 Thomas Ketterton 1971 Überlebensgroß Herkott Requiem für einen Unsterblichen 1972 Und der Regen verwischt jede Spur 1974 Aus lauter Liebe zum Sport Die Abwerbung 1974 zu 1975 Im Auftrag von Madame 1976 Anita de Ruegemöller und die Ruhe an der Ruhr 1976 zu 1995 Datort 1976 1980 1988 1992 1992 1992 1993 1993 1994 1995 Herzas 1976 zu 1998 Derrick 1977 zu 1997 Der Alt 1977 1977 Der Schimmelreiter 1978 Die Schöne Marianne 1978 Vorhang auf Wir spielen Mord 1978 Ein typischer Fall 1979 St. Pauli Landungsbrücken Hafenforellen 1980 Berlin Alexanderplatz Einsamkeit reißt auch in Mauernrisse des Irrsinns 1980 zu 1986 Polizeiinspektion 1 1981 Lili Marlin 1982 Büro Büro 1982 zu 1985 Die Krimi-Stunde 1984 Titanic 1985 Eine Klasse für sich Nachgeschichten aus einem Internat 1985 Die Schwarzwaldklinik 1986 zu 1993 Der Fahnder 1987 Wer erschoss Borow 1988 Jakob und Adele 1989 M.R.S. Heerespferd nach Monte Carlo 1989 Die Schnelle Gerdie 1990 Einheim für Tiere 1991 Die glückliche Familie 1994 Lutz und Hadi 1995 Zwei zum Verlieben 1995 Dr. Stefan Frank Der Arzt, dem die Frauen vertrauen 1995 Polizei Ruf 110 Einzahlandeier 1995 Schwarz greift ein 1995 Hallo Onkel Doc 1996 Zwei Brüder 1998 Rudolf mit der roten Nase 1999 Die rote Meile 1999 Kanadische Träume Eine Familie wandert aus 1999 zu 2001 Der Club der Frauen 2001 Das sündige Mädchen 2001 Die wache, schmutzige Affäre 2001 Band of Brothers 2002 Der Bulle von Tölz Mord mit Applaus 2002 Ich lass mich scheiden 2002 Der Ermittler Der letzte Anruf 2002 Forsthaus Falkenau Hassliebe 2003 Rosamunde Pilcher Paradies der Träume 2003 SK Kölsch Köln Düsseldorfer 2003 Soko Leipzig Engel der Nacht 2005 Mit Herz und Handschellen Bombenstimmung 2005 Sturm der Liebe 2005 Es ist ein Elch entsprungen 2006 Der Bergdoktor Nur nicht die Nerven verlieren 2006 Hallo Robi Pferdediebe 2006 Die Wolke 2006 Wer entführt meine Frau 2007 Soko Köln 2010 Eine Sennerin zum Verlieben 2011 Der kleine Ritter Tränk 2011 Uta Danella Liebe mit Lachfalten Theater Wallenstein Entstation Sehnsucht Jedermann Das Mädchen Irma Ladus Lady Wintermeres Fächer Seid nett zu MR Sloan Miss Stacy Und Ihr Chauffeur Video